Der Niederösterreich, der Setschmanager. Ja, aber der will es natürlich wissen, weil seine neue Liebe heißt Berg. Der Berg. 2, 10, 32, 2, 10, 32. Ja, ziemlich gleiche Läufe. Er hat sich daran gewöhnt, dass er einen jungen E-30 ist. ... jetzt sind wir neugierig. Ja, und in der Zeitung, was ist denn denn? Diese Zeit war gut für Platz Nummer 2, Lauf Nummer 1. Ja. Mit dem Fahrweg, Fahrrad und Schubow. Für den Fuchs dann momentan auf der dritten Position. Ja, genau. Die Stella ist schon laut. Die Jungs 2,09. Eine Sekunde ist schneller geworden. Bravo. Vierter, augenblicklich. IQ4. Stella bereits in Schitterdorf, Deutschland. 3,7.